ich wollte oben die baumfarmen upgraden ja dann geht nämlich alles über dir über dir sachen über mir sachen dir sachen ja mir ja gesundheit das war progressiv genau ich könnte allerdings auch die kartoffelfarm über dir machen ja vielleicht ein bisschen angebrachter oder was sagst du was die kartoffelfarm soll ich die lieber über die sachen in angriff nehmen oder die baumfarmen weil momentan läuft die kartoffelfarm über holz und die baumfarmen über stein also ich würde kann man das nicht irgendwie auch alles auf dir machen oder auf eisen ich würde definitiv die holz irgendwie auf erstmal so lassen obwohl nee oder hast du gerade so einen shopper ja hab ich ja gut dann mach so einfach mal auf die ja weil wenn nicht ist besser so wenn du schon eins hast dann ist ok so und ich brauche 32 ab was jetzt muss ich gucken ich mach das hier schon stimmt ich hab noch 2 nodes bei dir drauf 1 sapling ohne upgrade 2 settings mit einem upgrade 1 2 das das ich töte dich das will ich sehen und die hier noch gut ein upgrade muss noch rein und dann läuft es über dir und dann mache ich die kartoffelfarm entweder über eisen oder ich gehe auch direkt auf dir da kann ich die auch größer bauen 42 dias jo läuft ein bisschen eisen zum upgraden so ähm erst einmal nur eins davon und das das braucht auch noch Strom alter so na gut Strom ist jetzt erstmal nicht so schlimm so die Baumfarm läuft jetzt über dir komplett über mir? ja gut so vor allem du kannst auch dort wo du die Kohle reinlegst ähm Septings rein machen die brennt das auch durch wirklich? ja aber jetzt will ich mal was testen ich habe ja hier ein klein bisschen warum haben wir hier eigentlich Kapteen angepflanzt? weiß ich nicht wofür brauchen wir die eigentlich? keine Ahnung ich will jetzt mal bei der Kartoffelfarm testen ob der vielleicht auch Dings anpflanzt Zuckerrohr Zuckerrohr ja das wäre nämlich besser dass das dann in den Autocrafter kommt ähm weil ein Autocrafter habe ich nämlich noch hier macht dann aus dem Zuckerrohr einfach mal Zucker ja ja und dann ja ich bin gerade am gucken einfach haben wir halt einfach Zucker aber ich würde es eigentlich besser finden wenn du das unter der Plattform machst oder ja der pflanzt ernsthaft Zuckerrohr an ja aber halt nur da wo Wasser auch ist ja ich mach das alles unter der Plattform keine Angst ich habe jetzt halt nur mal getestet danke danke äh so was dieser blaue Schlumpf ey ganz ehrlich hä 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 ein stack zuckerrohr also ja daran soll es nicht liegen aber was wollte ich jetzt machen genau erde und ich brauche einmal irgendwo hatten wir da haben wir drei stück da kann ich doch direkt das hier nehmen die erde hier rausklauen wie machen wir das jetzt mit dem zuckerrohr ich kann ja nicht alle zwei blöcke im wasserblock setzen gibt es keine andere methode irgendwie zuckerrohr automatisch zu fahren vanille halt nur gibt es denn hier schon den dispenser ach den komischen beobachter wie hieß der auf englisch nein gibt es nicht das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert aber noch eine andere frage wie bekommt ihr eigentlich hier schwarzpulver mit einer mobfarm es gibt von progressiv automation auch ähm moppler ja gut mit witchwater oder? äh auch ja ne warte mal mit wie ging das nochmal? curl? ne das war ja curlstings da stimmt äh so hier hinten sollte ich ja das ding hin bauen hm ich muss mir jetzt mal wasser klauen gerne mit oh Leute mein Inventar ist voll so so ähm als erstes ja wie fange ich als erstes an als erstes kartoffelfarm oder kartoffeln? gut gut da gehen wir auf oh ne ich bin ja so dumm wieso? dann brauchen wir noch was äh hier ich glaube ich muss ich glaube ich muss ich glaube ich muss äh du musst achso stimmt ja ich brauche ja Robben aber na ist egal ähm das brauche ich und das brauche ich und da braucht Sticks wie immer ähm stone planter brauche ich das dazu und da haben wir den stone planter einmal das ein Eisenblock und da ist der iron planter äh planter und weil der Ike ist kann geht er direkt auf den dia da ist der dia planter so ich habe noch 20 holz upgrades und 31 stein upgrades ich muss stein durchbrennen 8 8 16 24 48 64 64 machen wir erstmal ein Stack davon dann ach scheiße wir hauen gleich äh das W-Stacks durch sicher 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 soo dann kann ich schon mal anfangen ähm alles anzupassen auf was für eine Ebene bringen wir das eigentlich nicht gute Frage gute Frage 1 2 3 4 5 6 7 8er shit wäre das jetzt neune gewesen oder ist praktisch gewesen ja na egal also ich werde jetzt erstmal damit verbringen äh Quartzfolger herzustellen wir haben einen Stack gehabt bei uns unten wir haben nur 20 wir haben nur 20 Alter wir haben nur 20 in welchen Farben hier hm egal ja n ooo3 ok hm 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 Soll man das nicht ein bisschen höher setzen können oder? Ja, kann man auch So werden wir Kohlenstoff 1 Deck Und Schwefel Ich würd das gerne auf diese Höhe setzen Vor allem Ich raff das hier gar nie Wieso ist das so scheiße? Zwei Schwefel So Was bekommt man Schwefel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ach ne, lass das mit dem Wasser so Das baue ich zu Ok, jetzt weiß ich warum wir unbedingt nach links Und wen das so halten eigentlich Wegen Schwefel Aber egal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hat schon Strom 1, 2, 3, 4 Jetzt baue ich das Ding ernsthaft zu müssen behindert Jetzt stecke ich das Loch fest Also am wichtigsten ist halt dass es kontinuierlich irgendwie Zögerer wird Weil es sogar am längsten braucht Ja, jetzt bin ich gerade dabei erstmal die Kartoffelfarm hier zu bauen Ja, ja Wir möchten das auch alles irgendwie ein bisschen abgrenzen, dass hier keine Mobs drauf kommen Und eventuell explodieren weil irgendjemand sich hier drauf rum treiben muss Lass mich Lass mich Ich rede jetzt nicht von dir Nee, nee Die Mädels sind genauso dämlich Oh mein Gott Was Eck hat gesagt die Mädels sind zu dämlich Hm Wie viel Hack Kommentare kriege ich wohl Gar keiner Sagst du jetzt Und dann wenn die Folge kommt hier Wie kannst du das sagen Du Frauenfeind Ganz einfach Tu's einfach Ganz einfach Du bist so der Frauenfeind Das stimmt nicht Ach, ich liebe Frauen Ich hab sie zum Fressen gern Wortwörtlich Passiert Passiert So, Zuckerrohrfarm nehme ich dann auch kleinen Angriff Denn Ja Da muss ich mir jetzt gerade noch so einen kleinen Gedanken Überlegungsteil machen, wie ich das am besten mache Alles hinsetze, dass das auch ordentlich abfahnt Das ist nicht irgendwie eine Leitung hier So Leitung Leitung, 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 Leitung Was für eine Leitung suchst du denn? Also eine Energieleitung Haben wir Äh, doch hier Energiekonduits von Ender.io Dir ist klar, dass du die äh Konduitleitung von Ender.io Du kannst Energie, Item und Fluid alles in einem Strang machen So wie es oben auf der Plattform bei den Raketen ist Naja Ja Gut Es ist schon mal gut, dass du das äh weißt Weil so kannst du äh Platz sparen und mehrere Sachen gleichzeitig hin und her transportieren Aber was wollte ich jetzt machen? Die Upgrades Auf dir Äh Zuckerrohr Bei Zuckerrohr wärmer wohl nur auf Stein gehen können Bei soviel Dias hab ich gar nicht mehr Äh Und bei uns sind noch ein paar Ja Ich hab jetzt schon eine Hand voll verbraucht bei uns Stein Upgrade Genau, ich brauch gebrannten Stein So Äh Das und das Dann gehen wir auf Eisen Okay Ich kann aber 6 Stück herstellen Äh So 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 Ich hab jetzt über 40 Dias das verbraucht Äh Ja gut Äh So, ich muss zur 29, 169, ne minus 990, ja gut. Hä, wo bist denn du? Ist egal. Ach, hier wegen Leit umlegen, das, 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 so und wie, warum? Ah, jetzt. Es geht bitte nichts abbauen, ich bin nämlich gerade dabei die Kartoffeln umzubauen. Ich glaube, der macht auch plus 2, da brauche ich noch ein bisschen was. Steigen haben wir hier. Haben wir noch mal 7 Upgrades. Ich habe jetzt die Dias, die bei euch unten in der Kiste waren verbraucht. Komplett. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein bisschen was farmen. So, das kommt bis dahin. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel eins gibt. 2, gut. Dann brauche ich jetzt noch mal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Dia Upgrades. Damit das ein 9x9 Feld wird. Oder soll ich lieber ein 7x7 Feld für Kartoffeln machen? Äh, 7x7 Feld geht auch. Gut. Also bei Kartoffeln macht nicht so einen großen Unterschied, weil die mehr hier Dings haben. Ja ne, das wollte ich jetzt einfach bloß wissen, weil ich halt jetzt schon über... Scheiße. Über den Stack Dias reingesteckt habe. Und wenn du sagst, dann 7x7 Feld reicht da vollkommen aus. Dann kann ich ja jetzt den Rand hier weg machen. Und... Kann mich dann in der nächsten Folge um das... Zuckerrohr Dingens kümmern. Da werde ich aber wohl entweder nur auf Eisen gehen oder auf Stein. Muss man halt nur regelmäßig das Werkzeug nachlegen dann. Das ist der einzige Nachteil. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Wenn das jetzt geht, ne? Dann? Dann fress ich nen Besen. Äh, mit Senf? Ketchup? Ketchup. Ne, Mayonnaise. Wie? Na, obwohl, Mayonnaise? Ja. Wenn selbst... Aber wenn die jetzt hier alle Strom bekommen, ne? Wenn das selbstgemachte Mayonnaise ist, ja, dann schon. Ja. Wow, die bekommen alle Strom. Oh, ich bin so weh. Was du da gebaut hast, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ist egal. Es funktioniert. Besonders es versorgt alles mit Strom. Dann ist gut. Oh, guck mal. Funktioniert. Ich kluck dir da schon. Und Tyrox Junior kann leider nicht dran teilnehmen. Was? Du musstest deinen Jungen doch töten. Ach so. Hör gegessen. Da war was. So, jetzt ist die Frage. Brauchen die Sonnenlicht? Ah, ist sowieso grad Nacht. Deswegen passiert nichts. Nein, die brauchen kein Sonnenlicht. Das ist, das ist Minecraft. War mit Mods, aber es ist Minecraft. Ja, gut. 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 Du hast recht. Hast du recht. Du hast recht. Ach, Alter. Ich mach nie so einen Fehler. Oder gesagt, kein Fehler, sondern das nächste Mal probier ich halt einfach auch. Wo? Ähm. Boop, 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 boop. Badapapapa. Badaaaa. So. Dann das. Und das. Warum? Besonders das produziert halt immer noch, echt immer noch nach, ne? Das ist doch gut. Ja. Das Loch muss ich erst mal stopfen. Hier. Styrox, alles klar? Ja, und...